In unseren heutigen News haben wir wieder einiges an spannenden Infos für euch dabei. Unsere Themen diese Woche sind ein neuer Harry Potter Film, der offizielle Titel des Godzilla vs. Kong Sequels und der baldige Indiana Jones 5 Trailer. Außerdem erfahrt ihr, was die kommende Pinguin-Serie mit The Batman 2 zu tun hat und was Margot Robbie's Abgang von Fluch der Karibik mit Johnny Depp zu tun haben könnte. Viel Spaß mit unserem neuen Video. Godzilla vs. Kong zählte vergangenen Sommer sicherlich zu den großen Highlights des durch die Pandemie ausgedünnten Filmmarktes. Auch wenn die Story hier und da nicht als besonders innovativ beschrieben wurde, gab es reichlich Action-Sequenzen und viele Szenen, die einem in Erinnerung geblieben sind. Am Ende haben sich die beiden Giganten Godzilla und King Kong trotz anfänglicher Kämpfe zusammengetan, um den noch gefährlicheren Mechagodzilla gemeinsam zu bekämpfen. Umso passender ist es, dass der frisch enthüllte Titel des Sequels nun bekannt gegeben wurde und Godzilla vs. Kong heißt. Wer der kommende Bösewicht ist, gegen den die beiden Titanen ankommen müssen, ist derzeit noch Gegenstand von Spekulationen. Eines gilt jedoch als sicher. Regisseur Adam Wingard möchte den Fokus auf die Hollow Earth legen, also den Ursprungsort von Godzilla, Kong und vielen anderen Titanen, der nach dem vergangenen Film unter der Kontrolle King Kongs steht. Als Rückkehrer gelten bislang Aileen-Darstellerin Rebecca Hall, Bernie-Schauspieler Brian Tyree Henry und Kaylee Hottel, die Gia verkörpert als sicher. Wie es hingegen um die beiden Hauptdarsteller Millie Bobby Brown und Alexander Skarsgård steht, ist noch nicht ganz klar. Zumindest steht mit Die Schöne und Das Biest-Darsteller Dan Stevens bereits ein Neuzugang fest, wenngleich seine genaue Rolle nicht enthüllt wurde. Falls es weitere Informationen zu Cast, Handlung oder Starttermin gibt, erfahrt ihr es natürlich bei uns. Freut ihr euch mit dem eindeutigen neuen Titel nun noch mehr auf das Sequel? Und wenn ja, welcher Megatitan könnte eurer Meinung nach für Godzilla und King Kong eine echte Bedrohung werden? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Diese Woche gab es frische Neuigkeiten zur kommenden Pinguin-Serie aus dem Hause DC. Nachdem Colin Farrells Rolle als Bösewicht für viel positives Feedback gesorgt hat, bekommt der Pinguin bald seine eigene Serie bei HBO Max. Wirklich viel ist bislang noch nicht bekannt, weswegen es umso erfreulicher ist, dass HBO Max-Funktionärin Sarah Aubrey ein paar Details zu dem DCEU-Projekt verlauten ließ. Demnach wird Pinguin unmittelbar an The Batman angeschlossen sein und zwischen dem Film und seinem Sequel angesiedelt sein. Außerdem soll die Serie als eine Art Brücke zwischen beiden Filmen fungieren und wird sicherlich ein paar Hinweise auf The Batman 2 beinhalten. Im Mittelpunkt steht Oswald Cobblepot alias Pinguin und sein Leben als krimineller Strippenzieher. Entgegen den vorherigen Spekulationen wird es sich bei der Serie also nicht um eine Origin-Story handeln, sondern um ein klassisches Spin-Off. The Batman-Regisseur Matt Reeves fungiert übrigens als Produzent der Serie und dürfte daran interessiert sein, eine inhaltlich sinnvolle Brücke zwischen The Batman und The Batman 2 zu bauen. Die Inszenierung der Serie übernimmt Mare of Easttown-Regisseur Craig Sobel. Das Drehbuch stammt von Agents of S.H.I.E.L.D.-Autorin Lauren LeFrancq. Leider konnte Sarah Aubrey noch nichts zu einem möglichen Starttermin sagen, es ist also noch ein wenig Geduld gefragt. Als vor einiger Zeit das Gerücht umging, dass Birds of Prey-Schauspielerin Margot Robbie in einem kommenden sechsten Fluch der Karibik-Film die Hauptrolle übernehmen sollte, staunten viele Fans nicht schlecht. Auf den ersten Blick war das vielleicht eine ungewohnte Besetzung. Sofern der Film aber auf eigenen Beinen gestanden hätte und keine billige Jack Sparrow-Kopie des anderen Geschlechts gewesen wäre, hätte der Film mit Sicherheit nicht schlecht performt. In einem Gespräch mit Vanity Fair äußerte sich die 32-Jährige nun zu ihrer Zukunft im Fluch der Karibik-Franchise und schiebt allen Spekulationen zu ihrer Rolle einen Riegel vor. Es habe eine Idee zu einem Spin-Off gegeben, in dem sie die Hauptrolle gespielt hätte, jedoch scheint das Interesse von Disneys Seite mittlerweile abgeflaut zu sein, sodass es nun doch nicht zu einer Zusammenarbeit kommen wird. Ihre klaren Aussagen schüren nun wiederum Gerüchte, weshalb Disney nun doch von dem Spin-Off abgerückt ist. In Zusammenhang mit Aussagen von Produzent Jerry Bruckheimer diesen Sommer, dass aktuell gemeinsam mit Autor Ted Elliott an einem Drehbuch für Fluch der Karibik 6 gearbeitet werde, wird an einige Fans nun doch die Rückkehr von Johnny Depp. Dieser wiederum hat mehrmals unter anderem auch in seinem Gerichtsprozess gegen Amber Heard betont, dass er nicht zu Disney zurückkehren werde. Klare Antworten zur Zukunft von Fluch der Karibik gibt es derzeit also nicht. Es könnte aber durchaus sein, dass in den kommenden Monaten die entsprechenden Weichen für die Zukunft gestellt werden. Denn nach einem Abschied von der Filmreihe sieht es trotz Mangels an genaueren Informationen nicht aus. Seit 2016 wird das Theaterstück Harry Potter und das verwunschene Kind weltweit aufgeführt. Es spielt inhaltlich 19 Jahre nach den Ereignissen von Harry Potter und die Heiligtümer des Todes und sollte eigentlich auch auf die große Leinwand kommen. Die Realität in den letzten Jahren sah jedoch anders aus und so wurde die Idee wieder verworfen. Unter Leitung des neuen Warner Brothers Discovery Chefs David Sasseloff wird sich das nun ändern. Die Adaption des Theaterstücks würde sehr gut in die neue Strategie des Konzerns passen, der seine hauseigenen Marken stärker fördern möchte und künftig auf Qualität statt Quantität setzen will. Wie The Direct berichtet, wird die Filmadaption des Theaterstücks von Sasseloff und den Produzenten Michael DeLuca und Pam Abdi in Angriff genommen. Die Geschichte stammt im Gegensatz zu den Büchern nicht direkt von J.K. Rowling, sondern von Drehbuchautor Jack Thorne, der das Stück 2016 in London uraufführte. Sasseloff visiert dennoch eine starke Zusammenarbeit mit Harry Potter-Schöpferin Rowling an, die in den vergangenen Jahren einer Verfilmung des Theaterstücks jedoch eher ablehnend gegenüberstand. Ihre geplante Beteiligung an der Verfilmung dürfte sicherlich den ein oder anderen Fan aus der Reserve locken. Eine offizielle Bestätigung gibt es aber noch nicht. Inhaltlich geht es bei Harry Potter und das verwunschene Kind um Harry und Ginny's Sohn Albus Severus Potter. Nachdem der Held der Roman- und Filmreihe mittlerweile ein überarbeiteter Angestellter des Zaubereiministeriums ist, steht sein Sohn auf eigenen Beinen und will in die überaus großen Fußstapfen seines Vaters treten. Dabei begibt er sich jedoch in große Gefahr und ist schon bald auf Hilfe angewiesen. Wann genau der neue Harry Potter-Film erscheinen soll, ist noch unklar. Wir warten zunächst auf offizielle Informationen von Warner Brothers. Es wird viel über den kommenden fünften Indiana Jones-Teil gemunkelt. Vor allem die erneute Besetzung durch den 80-jährigen Harrison Ford, den man sich noch nicht so recht als peitsche schwingenden Archäologen vorstellen kann, sorgt für gewisse Skepsis bei einem Teil der Fangemeinde. Bislang gibt es allerdings immer noch keinen ersten Trailer, also kann man sich noch keine richtige Meinung zu dem Film bilden. Das soll sich aber bald ändern, wenn man den Worten von Regisseur James Mangold glauben schenken mag. Als ein Fan ihn kürzlich darauf ansprach, wann man mit dem ersten Promomaterial rechnen könne, stellte Mangold in den nächsten 30 Tagen etwas in Aussicht. Er erwähnte zwar nicht explizit, dass es sich dabei um einen Trailer handeln werde, aber in Anbetracht der Tatsache, dass bereits ein solcher existiert und dieser auch im Rahmen der D23 Expo hinter verschlossenen Türen gezeigt wurde, kann man sehr wahrscheinlich mit einem Trailer rechnen. Damit könnte man auch den sich gerade häufenden Gerüchten entgegensteuern, dass der Film in seiner jetzigen Form wirklich schlecht sei. Angeblich finden derzeit die Testvorführungen statt, bei denen sechs verschiedene Enden von einem ausgewählten Publikum bewertet wurden. Eines soll schlechter als das andere gewesen sein, wobei jenes, wo Indies Patentochter Helena in seine Fußstapfen tritt, besonders negativ hervorgestochen sein soll. Auch mit dabei war der klassische Leinwandtod von Indiana Jones und einer Art Zeitreise Ende. Die aufkommenden negativen Meldungen sollen für einiges an Ärger hinter den Kulissen gesorgt haben. So soll Disney-Boss Bob J. Peck intern sofort Nachdrehs gefordert haben, um den Abschluss der Filmreihe noch zu retten. Regisseur James Mangold dementiert, dass es überhaupt schon Screenings gegeben hat. Die Gerüchte sind also vorerst mit einer großen Portion Vorsicht zu genießen. Wir freuen uns erstmal auf den kommenden Trailer und machen dann davon unsere Vorfreude auf den Film abhängig, der am 29. Juni 2023 in den Kinos erscheint. Vor über 17 Jahren erschien der erste Film aus der Chroniken von Narnia-Filmreihe. Das Franchise erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit. Die Vorlage von C.S. Lewis wurde in den 1950ern veröffentlicht und umfasst insgesamt sieben Bücher. Drei davon wurden bereits in chronologischer Reihenfolge released. Es gibt also noch genug Material für mindestens vier weitere Filme. Das hat Netflix wohl auch 2018 erkannt, als sich der Streamingdienst die Verfilmungsrechte für das Franchise sicherte. Vier Jahre später gibt es nun ernste Bemühungen, die Filme umzusetzen, weshalb es diese Woche nach langer Sendepause die ersten Neuigkeiten gab. Einem Bericht von What's on Netflix zufolge soll Little Woman-Regisseurin Greta Gerwig nicht nur einen, sondern zwei die Chroniken von Narnia-Filme inszenieren. Die 39-Jährige ist keine Unbekannte im Filmgeschäft und ist auch für die Regie der im kommenden Jahr startenden Barbie-Verfilmung verantwortlich und hat bisher einige Oscar-Nominierungen vorzuweisen. Durch ihr aktuelles Engagement bei dem Barbie-Film dürfte es aber noch eine Weile dauern, bis sie die Arbeit an die Chroniken von Narnia beginnen kann. Ihre Verpflichtung ist aber definitiv ein erster wichtiger Schritt für die Produktion. Es ist davon auszugehen, dass man sich wieder nah an den Büchern bewegen wird. Da die Reihenfolge unter den Büchern aber durchaus variabel ist, kann man nicht mit Sicherheit sagen, welches Buch zuerst verfilmt wird. Wir warten gespannt auf weitere Neuigkeiten. Wie findet ihr die Verpflichtung von Gerwig und welche Schauspieler würdet ihr euch für die Hauptrolle wünschen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Das war's an Neuigkeiten für diese Woche. Wenn euch interessiert, auf welche Filme wir uns 2023 noch freuen, dann empfehlen wir den zweiten Teil unseres Blockbuster Originals vom Mittwoch. Bis zum nächsten Mal.